Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum, der Podcast rund um Kinderfragen. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Wie schön, dass wir uns auch im Jahr 2022 wieder hören. Die heutige Frage kommt von Fritz, acht Jahre alt. Er würde gerne wissen, wo auf der Welt der kälteste Ort überhaupt ist. Heute erfährst du, wie die Menschen solche extrem kalten Temperaturen überstehen, wo der kälteste Ort in Deutschland ist und vieles mehr. Dass es im Winter meist ziemlich kalt ist, das weiß doch jedes Kind. Aber es gibt Orte auf der Welt, an denen es so kalt wird, dass Wasser sich direkt in Eiszapfen verwandelt, wenn man es ausschüttet. Oder man niemals mit einer Brille rausgehen sollte, denn die könnte auf der Nase festfrieren. Einer der kältesten Orte der Welt ist das Dorf Eumjakon und liegt in Russland. Hier herrschen im Winter durchschnittliche Temperaturen von minus 50 Grad Celsius. Die bisher kälteste Temperatur, die dort jemals gemessen wurde, lag bei minus 71,2 Grad. Das ist allerdings schon knapp 90 Jahre her. Doch wie schaffen es die knapp 450 Menschen trotzdem dort zu leben? Da gibt es so einige Tricks, von denen ich dir ein paar verraten möchte. Aufgrund der Kälte ist es zum Beispiel nicht möglich, Abflussrohre zu verlegen, wie man sie zum Beispiel für Toiletten braucht. Kannst du dir vorstellen, warum? Genau, weil der Boden so gefroren ist, dass es beinahe unmöglich ist, den Boden aufzubrechen. Aus diesem Grund haben die meisten Menschen in Eumjakon plumpsklos, und zwar draußen. Auch fließendes Wasser, wie bei uns, gibt es in dem kleinen Ort nicht. Um sich zu waschen, tauen die Menschen in ihren Küchen Eisblöcke auf. Hast du gewusst, dass auch Autos so kalte Temperaturen gar nicht gerne mögen? Würden die Einwohner ihrer Autos wie wir einfach an die Straße oder in ihren Garagen parken, wären sie innerhalb weniger Stunden gefroren und würden nicht mehr anspringen. Somit haben viele beheizte Garagen für ihre Autos oder lassen ihr Auto einfach laufen, wenn sie an der Straße parken. Übrigens, auch Flugzeuge können hier im Winter gar nicht landen. Die Gefahr, dass das Flugzeug eingefroren wäre, ist einfach viel zu hoch. Natürlich gibt es in Eumjakon auch Kinder, die zur Schule gehen. Wie du dir schon denken kannst, ist auch das ein wenig anders als hier bei uns. Für ihre Schulwege ziehen sich die Kinder meist sechs Schichten an, um nicht zu kalt zu werden. Denn in dem kleinen Ort selbst gibt es leider keine Schule. Die nächste Schule ist im Nachbardorf. Also geht es für die Schüler erst einmal durch den tiefen Schnee, bevor sie in der Schule ihre vielen Kleiderschichten ausziehen. Jeder Schultag beginnt übrigens mit etwas Freispiel, bei dem die Kinder miteinander spielen und rennen können. Vermutlich, um sich aufzuwärmen. Bevor sie am Ende des Schultags wieder durch den tiefen Schnee in den kältesten Ort der Welt spazieren. Einen kleinen Trost gibt es allerdings für die Einwohner von Eumjakon. Im Sommer kann es hier bis zu 30 Grad warm werden. Bestimmt ein komisches Gefühl für die Menschen dort. Wenn du nun glaubst, dass Eumjakon der absolut kälteste Ort der Welt ist, muss ich dich aber enttäuschen. Es geht noch kälter. Und zwar haben Wissenschaftler im Jahr 2010 mithilfe eines Satelliten einmal eine Temperatur von minus 93,2 Grad Celsius gemessen. Das ist beinahe doppelt so kalt wie in dem Ort in Russland. Diese Temperaturen wurden in der Antarktis gemessen, an einem Fleckchen der Ost-Antarktis. Du hast vollkommen recht, hier leben keine Menschen. Das würde auch gar nicht gehen. Aber schon interessant, wie kalt es auf der Welt werden kann. So kalt, dass wir Menschen dort nicht hinreisen könnten, ohne ein Atemgerät zu nutzen. Doch wo ist der kälteste Ort in Deutschland? Ich sag's dir, in Bayern. Natürlich ist es hier nicht so kalt wie in Russland, aber auch minus 46 Grad sind ziemlich kalt. Der sogenannte Fundensee zählt als neunt kältester Ort der Welt. Er befindet sich in der Nähe des Ortes Bechtesgaden und liegt ganz nah an der Grenze zu Österreich. Genau hier wurde am Heiligabend im Jahr 2001 die aktuell kälteste Temperatur Deutschlands gemessen, nämlich minus 45,9 Grad Celsius. Für Deutschland schon sehr kalte Temperaturen. Es ist allerdings so, dass der Fundensee kein typischer See ist, wie du ihn vielleicht kennst. Es ist ein sogenannter Kaltluftsee, also eine Ansammlung von ziemlich kalter Luft über einer Bodensenke. Was war denn die kälteste Temperatur, die du je gemessen hast? Bei dir im Garten oder vielleicht im Urlaub? Wenn du auch eine Frage hast, schreib mir gerne eine Mail an kinderfrage at gmail.com. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum wiederhören. Bleib neugierig, deine Christina.